Willkommen zu Filmblock 6 hier im Bundesfestival Junger Film aus St. Ingbert. Und dieses St. Ingbert, das ist wirklich so ein ganz eigenes Ding. Das könnt ihr euch in den anderen Filmblöcken auch schon mal anschauen. Da gibt es die dollsten Schauplätze. Das hier zum Beispiel ist die Alte Schmelz. Alte Schmelz, das ist so ein sehr alter Industriepark. Der ist irgendwann mal in die Knie gegangen. Dann hat man das umgewidmet zu einem Kulturpark. Und sobald man hier ist, ist man emotional und historisch schon wieder ganz woanders. Und damit kommen wir auch zu einer dieser Kerntugenden des Filmischen, dass Filme uns eben in ihre ganz eigene Atmosphäre, in ihren ganz eigenen Kosmos rüberziehen können. Wir haben vier Filme für euch zusammengestellt, die euch genau auf diese Weise sehr individuell in ihren Bann ziehen. Wir haben es folgerichtig genannt. Auf in neue Welten. Also viel Spaß mit Filmblock 6.